Einen wunderschönen guten Morgen so früh. Hier sind wir wieder, der Pascal, die Katrin und ich, zum hoffentlich letzten Teil von Silent Hill im Spiel. Kurze Erklärung, der letzte Teil vom dritten Part ist leider verloren gegangen. Ich werde ihn aber so schnell wie nur möglich versuchen, nochmal nachzuspielen und hochzuladen, wenn ihr das so wünscht. Außer ihr seid auch froh, wenn wir mit dem Spiel endlich fertig sind und ein neues anfangen können. Dann werde ich das natürlich nicht tun. Gott wollte uns bespalten. Ja. Wir sind so gut wie ihn. Wo sind wir denn stehen geblieben? Genau. Wir hatten gerade diesen Reporter, glaube ich, gerettet, der mit diesen Stäben durchbohrt wurde. Und jetzt sind wir beim kurz vor dem letzten Endpost, halt nicht kurz davor, aber im Level davor. Wir hoffen einfach nur, dass es jetzt auch erstmal hingeht. Oh Gott, da! Wie ihr seht, neue Grafikkarte. Aber durch Fraps wird sie auch ein bisschen runtergezogen. Das müssen wir mal machen. Aber guck dir das mal an. Durch Fraps wird es nicht so schlimm wie beim... ...Lustream-Caster. ...Katrin und Pascal lutschen gerne saure Stäbe. ...Katrin und Pascal lutschen gerne saure Stäbe. Jetzt ist es aber gut hier. Nein, 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 nein. Boah, das war einfach geil, ne? Ja. Hey. Wollt ihr mal eine salzigen Schokobärchen lutschen? Nein, jetzt ist es aber gut. Jetzt ist es aber gut. Jetzt ist es nicht. Wir werden auch nicht... Wir wollten professionell werden. Stimmt. Der zwanghafte Versuch, professionell zu werden, endet... Ich bin gar nicht professionell. Oh mein Gott. Oh, das hab ich nicht gesehen. Oh. Jetzt ist es eigentlich fertig. Nein. Oh, so echt. Er liegt im Wasser. Wisst ihr, was mich der Raum nebenan gerade erinnert hat? Hm. Paule heißt er, er ist Schlachtermeister. Der Metzger an der Ecke. Ah. Nicht schon wieder. Der mit seiner Instant-Gesichts-OP-Maske. Oh, Gott sei Dank, sterben die jetzt schneller. Wisst ihr, was für Leute mir jetzt auf den Sack gehen würden? Diese... Ich geh jetzt einfach gar nicht mehr da in den Raum. Die Leute, die auch so einen... So einen Links haben. Ich geh doch noch... Nachher war da was. Du hast es... Ich bin mir nicht egal. Wirklich. Das ist so eine, ja. Ich kann mich einfach drauf. Und schon wieder das Nachtfuffzehn-Spiel. Bildschirrspel. Ja. Ich will das alles gar nicht mehr haben. Interessiert mich echt nun. Also, da weist du dir, da kommt es durch. Wo weiter haben wir die Wand? Da hinten. Da hinten. Aber der Typ runden steht. Da, 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 da. Ich awas. Die machen sich schon. Ich bin mir viel zu sauer. Aber die machen die Porn auf meiner Zunge kaputt. ja ich zerstöre mutwillig diese Wand ich hab einfach nicht getroffen, daran neigst du schon wir laufen Lebensmühle einfach nur ein Dachboden entlang man könnte ja runterfallen aber nein oh nein, jetzt bin ich runtergefallen wir beide haben nicht Sorgen, mach mal einfach nur eine Pause ne, das kann ja nicht Defeat the pig head to retrieve blubber Ich weiß nicht, dass du die zwei verpasst. Da höre ich die drei, man. Ah, naja, mal helfen. Nein, du kommst nicht. Könnte man ja. Nein, da tut man sich doch weh. Dann schlägst du halt das Glas da raus. Das wird doch auch weh. Ich denke gerade so, wie die Thor-Spieler. Also die, die das gemacht haben. Konami. Genau. Und die Konami. Machen wir was Schlechtes. Das neue Spiel mit Noahs Arche. Ja Konami, bringt wieder Spiele wie Noahs Arche raus. Auf sowas warten wir doch. Ach, die machen aber jetzt nicht schlecht. Ich wollte den Arche. Schau nicht. Wir wollen Noahs Arche wieder haben. So ein Remake wäre auch noch eine total... ...geilige Idee. Der NES-Klassiker Noahs Arche. So, jetzt Vorsicht. Vorwärts nochmal. Vorwärts nochmal. Vorwärts nochmal. Was zum Teufel. Was zum Teufel. Was zum Teufel. Das ist ja ein Riese. Ich weiß, wie wir ihn töten können. Ich habe eine witzige Idee. Oh ja, die habe ich auch die Idee. Ich weiß nicht was sie meinen. Was könnte es einfach nur zu dumm lassen. Denk nach. Denk nach was wir gerade gemacht haben. Denk nach was wir gerade gemacht haben. Ja! Oh ja. Wahrscheinlich klappt das nicht mal. Es kommen. Leider schon vorhin. Renn! 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 Was ist denn? Was ist denn? Was stimmt mal? Was ist denn da? Renn! Ah! Das habe ich jetzt nicht kapiert. Auch nicht! Es tut immer noch aus und so. Ja! Ist gut. Sie sind doch schon tot! Echt? Nein! So! Verstehe! In dem Schluss müssen wir. Oder das musste so sein. Ja, es musste so sein. Irgendwie war es wieder, nur ein bisschen war es schon wieder klar, dass man das so was noch muss. Oh, ne, okay. Oh, wir müssen ein Ding, sollen wir uns wieder bauen? Aber da können wir alle fragen, dass am Anfang war eh mal ein Lustiges. Ja, genau. Ich kann gerne was vormachen, um das zu gelbten. Nein, das... Oh!